Liebe Freunde der Seefestspiele Mörbisch Bestimmt haben Sie unsere Festspiele heuer genauso vermisst Wie wir alle, wie unser gesamtes Team Aber wir haben eine gute Nachricht für Sie Die von vielen sehnsüchtig erwartete Westside Story wird stattdessen 2021 auf der Seebühne in Mörbisch zu sehen sein Mit den Vorbereitungen haben wir längst begonnen und in einem kommenden Sommer eine fulminante und ebenso sichere Aufführung dieses erfolgreichsten Musicals aller Zeiten bieten zu können Die dramatische Liebesgeschichte zwischen Toni und Maria, die schon so viele Menschen in den letzten Jahrzehnten begeistert hat wird auch Sie in Ihren Band ziehen Schon jetzt haben knapp 70.000 von Ihnen Ihre Tickets für 2021 reserviert Für diese Treue und Unterstützung möchten wir uns bei Ihnen sehr herzlich bedanken Heute am 24. Dezember wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest Genießen Sie die Feiertage nach einem herausforderten Jahr Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund Wir freuen uns schon sehr darauf Sie 2021 bei der Westside Story auf der Seebühne Mörbisch wiederzusehen Eben Ihnen die Feierabenden Mörbisch wiederzusehen Vielen Dank.